Das Linzer Derby Blau-Weiß gegen Lask hat immer einen hohen Stellenwert in der Stahlstadt und mit dem schwarz-weißen Tabellenführer haben die Königsblauen auch gerade keinen einfachen Gegner zu Gast. Gegen Altheim haben die Mannen aus dem Donaupark eine unglückliche Auswärtsniederlage zu verdauen gehabt. Trainer Spiegel ist dennoch optimistisch. Ja, man fühlt sich trotzdem locker. Man soll den Zügel dann nicht überspannen und da immer alles nur negativ sehen. Das ist eine herrliche Kulisse, es taugt mir. Die schwarz-weißen sind der Föhnführer. Was gibt's Schöneres? Man kann null verlieren. Wir spielen zuhause, wir sind zuhause am Hoch. Dementsprechend werden wir agieren. Die Vormachtstellung im Donaupark haben die Blau-Weißen ja bereits des Öfteren bewiesen, auch wenn es zuletzt nicht ganz nach Wunsch lief. Aufgrund der Sperre von Christian Meierlieb können die Lask-Amateure nicht aus einem topbesetzten Kader schöpfen, sind aber dennoch für dieses Derby hoch motiviert. Blau-Weiß hat sich dem Meistertitel als Ziel gesetzt und will aufgrund eines nicht optimalen Saisonstarts gegen den Tabellenführer drei wichtige Punkte holen. Diese Entschlossenheit ist auch von der ersten Spielminute an deutlich zu erkennen. Hier setzt Jartan Göks in seinen Schuss jedoch neben das Tor von Christian Holzer. In Minute 39 verletzt sich Benjamin Freudenthaler bei diesem Foul an der Schulter und wird durch Elvis Polic ersetzt. Nachdem die erste Spielhälfte wirklich ausgeglichen verlaufen ist, können die Lask-Amateure in Minute 44 durch diesen Treffer von Sinisa Markovic mit 1 zu 0 in Führung gehen. Ein Pausenstand, der Erwin Spiegel nun zum Handeln zwingt. Er bringt in der zweiten Spielhälfte anstelle von Edis Delic Christian Sommerräder ins Spiel. Der Druck von Blau-Weiß erhöht sich und die Königsblauen schießen immer öfter aufs Tor des Lask. Bei diesem Angriff über die rechte Seite bedient Jartan Göks in Dario Jeltschic und Dario Jeltschic gleicht per Kopf zum 1 zu 1 aus. Zehn Minuten nach dem Treffer zum 1 zu 1 können die Lask-Amateure einen Fehler der Blau-Weiß-Verteidiger nutzen und Oliver Stadlbauer stellt auf 2 zu 1 für den Last. Mit dem Treffer zum 2 zu 2 durch Daniel Neuhold ist in diesem Derby in Minute 80 einmal mehr alles offen. Hier kann man wirklich von einem Derby sprechen, bei dem das Publikum voll auf seine Rechnung kommt. Spannender könnte es kaum sein. Die Spannung erhöht sich abermals, als in Minute 82 ein Teil des Flutlichts im Donaupark ausfällt und die Partie für 20 Minuten unterbrochen wird. Nach der Unterbrechung unterläuft Christian Holzer ein schwerer Fehler und Schiedsrichter Karasek entscheidet auf Elfmeter. Dario Jeltschic dreht an und schießt zum 3 zu 2 ein. In Minute 90 sieht der Kapitän der Lask-Amateure nach diesem faulen Summerräder noch gelb rot und Blau-Weiß-Linz darf sich über drei wirklich hart erkämpfte Punkte aus diesem Derby freuen. Auf jeden Fall. Ich meine, alleine wenn man sich das Publikum anschaut, dann muss man einfach mehr geben als normale Fußballer und also wir sind sehr froh, dass wir das jetzt geschafft haben, dass wir die drei Punkte geholt haben und jetzt wollen wir auf jeden Fall angreifen. Ja, wir haben gewusst, dass es schwer wird, das ist keine Frage und wir waren ja zweimal eigentlich in Führung und haben vergessen, den Sack zuzumachen und wir hatten ja die Chancen und ich glaube, letzten Endes haben wir uns selbst geschlagen, aber im Großen und Ganzen kann ich mit der Mannschaft zufrieden sein. Ein Auswärtsspiel hier ist sicherlich nicht so leicht und wie gesagt, wir hätten auch gewinnen können, so blöd es klingt. Mit Gerald Perzi ist ein Mann in den Donnerpark zurückgekehrt, den viel mit diesem Verein verbindet, der aber auch der Mannschaft viel bedeutet. Ja, natürlich, er ist am Montag das erste Mal da gewesen und hat eine mitreißende Rede gehalten vor der ganzen Mannschaft da am Platz und dann haben wir wirklich auch wieder Mut gemacht, dass wir eben heute das Spiel, dass wir Vollgas geben und dass wir uns da halt die drei Punkte holen. Ja, es war so, dass im Sommer ja drei wichtige Leute den Verein verlassen haben, beziehungsweise nicht nachbesetzt worden sind. Das war der sportliche Leiter, der Co-Trainer und der Klubsekretär und ja, wie bei jedem Verein, ich sage, die Arbeit ist fast überall gleich, Regionalliga oder Bezirksliga oder Landesliga. Das heißt, es gehören gewisse Aufgaben erledigt und der Herr Schellmann hat mich dann angerufen, dass eben eine Lücke entstanden ist und ob ich wieder zurückkomme. Ich kenne das Umfeld und habe jetzt wieder diesen sportlichen Bereich über und werde dort alle organisatorischen und administrativen Angelegenheiten ihm vom Leibe halten. Eine Rückkehr, zu der sich Gerald Perzi aus tiefster Überzeugung entschlossen hat. Ich habe es schon vorher einmal gesagt, es ist schon eine Herzensangelegenheit, das muss ich schon sagen. Ich habe auch zwei andere interessante Angebote gehabt, eines als Trainer, aber der Verein liegt mir wirklich am Herzen und ich habe mit Herrn Schellmann so ein gutes Verhältnis nach wie vor gehabt und ich möchte einfach wieder mithelfen, dass der Verein wieder ein bisschen weiterentwickelt und dass wir wieder nach vorne kommen.